Die Sonne 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 Wir nehmen hier auf in einem Raum, den ich noch als Glücksfall bezeichnen kann. Ich habe vor einem Jahr gehört, dass das alte Schulhaus leer wird, weil es immer weniger Schüler hat und die gehen jetzt nach Ilans. Und dann habe ich sofort der Gemeinspräsidentin geschrieben, ich suche ganz dringend einen Ort für ganz verschiedene Möglichkeiten. Die Sonne Die Sonne Die Sonne Die Sonne Die Sonne Die Sonne Und jetzt hat sie noch ihre eigenen Lieder gebracht. Ich habe ihr einmal gesagt, warum singst du eigentlich nicht deine eigenen Sachen? Die haben wir fast alle eigentlich zusammen arrangiert. Die Sonne 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020